Ja. Hoppala. Vorsicht. Oh, was machen Sie denn hier? Ich arbeite hier. Ich arbeite hier. Ich bin alleine, ich bin Leitstille. Ich müsste organisieren. Achso. Hier. Der Vito hat einen Kratzer, glaube ich. Der hat gerade geblutet. Nein, ich habe eine Quetschverletzung. Und wie? Auch noch. Leitstille für RTW 2 kommen. Bitte wieder zurück zum Krankenhaus George und Verlegen aufgrund eines akuten Einsatzes vor Ort kommen. Ist das Ihr Ernst? Ich habe gerade Ihre Theke gefunden. Die Theke da habe ich geputzt. Guter Einsatz. Entschuldigung. Wut? Ja. Ich darf als Leitstelle mich nicht in Behandlung binden. Daher muss ich einen Kollegen herrufen. Wieso das denn? Ich brauche ja nur ein Pflaster oder so. Ja, es ist trotzdem eine Behandlung in die ich mich binde. Achso. Ja. Und wenn ich noch einen Kollegen hat, dann sollte er das machen. Nicht, dass ich sie nicht gerne behandeln würde oder so, ne? Oh. Ja, Shimoto ist ganz nett. Eines Tages behandeln Sie mich mal. Ja, ich glaube, das habe ich sogar eventuell schon. Oh. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt kriege ich auch noch Gummibäschen, weil ich die Theke geputzt habe. Ah, hast du gut gemacht. Ich habe nur da gesessen. Ah. Da kannst du mal sehen, ne? Dass wir Frauen immer mehr arbeiten wie Männer. Was? Okay, dann wird manche Männer. Ja, ich brauche wieder eine Schrift von euch in unserem HQ. Wir haben eine Frau, die Männerdiskriminierung veranlasst. Ja, das ist so positiv. Ja, wir sind mit zum Besten Dank bei der Gleitstelle Ende. Ah, was hast du jetzt davon? Achja, die diskriminiere ich auch noch, die Polizei. Die Polizei, ich will mir die Gleitstelle kommen. Ach, schön. Guten Tag. Oh, ey. Kann ich Ihnen helfen? Ja, deine Quetschverletzung. Und die Dame diskriminiert sämtliche Männer. Oh, geil. Ich kenne mich schuldig. Kommen Sie mal mit in Zimmer 1. Ja, okay. So woll' ich mich aufziehen. Höchstens die Hose, dann bin ich an die Quetschverletzung dran. Ja. Ui. Zack. Sehen Sie? Doch, geht doch. Wenn sie wollen, nachher noch auspeitschen. Nee. Lieber nicht. Mach ich da jetzt mal so eine Salbe drum. Die Welt jetzt brennen wie Hölle. Och, nee. Nee, nee. Tun sie das nicht. Doch, das soll ich jetzt langsam anfangen. Oh, nein. Ich mag das nicht. Machen Sie es wieder weg. Nee, nicht. Die hilft dagegen. Oh, dann holen Sie Wasser. Eine Wärme geduld. Wie, ich ertrage das nicht. Machen Sie es ab. Ich ertrage das nicht. Machen Sie es ab. Heute doch. Es muss wieder ab. Es geht nicht. Tun Sie doch was. Helfen Sie mir. Hilfe, hol mich hier raus. Ich ertrage das nicht. Er will mich umbringen. Nein. Machen Sie es ab. Ich habe nur eine Salbe aufgetragen. Die was brennen. Und aus irgendeinem Grund fährt er jetzt rum. Helfen Sie mir raus. Es ist so eine Salbe die ganz warm wird. Tun sie doch was. Es tut so weh. Aber sie vielleicht ist ja trotzdem was drin. Vielleicht irgendeinen Duftstoff oder sowas jetzt in die Nase. Nee, die ist neutral eigentlich. Mach was. Ist die Gegend anfangs allergisch. Weiß ich nicht, aber machen sie es ab heute noch. Das hört doch ein bisschen direkt wieder ab hier. Mellas, da ist, tut so weh. Ach, mein Geht. Ja, machen sie doch was. Ach, mein Geht. Na, ich bleib wieder ab hier. Ja, das reicht nicht. Weichen sie schneller. Schneller. Alles wird langsam. Oh, holen sie kaltes Wasser. Ja. Sehr gut. Ja, einfach drüber. Aber du weißt schon, nur weil er Domina heißt, muss er nicht alles für dich tun. Nee, in dem Fall wäre ich ja die Domina. Dann nehme ich halt die eiskalte Creme. Nein, keine Creme mehr. Lassen sie mich hier raus. Schnell. Machen sie die Tür auf. Oh, lassen sie mich hier raus. Kommen sie schon. Bleiben sie hier ab. Ach, nein. Lassen sie mich in Ruhe. Nein. Machen sie die Tür auf. Legen sie sich wieder in den Bett. Ich vergesse mich gleich. Legen sie sich wieder in den Bett. Nein. Legen sie sich wieder in den Bett. Legen sie sich wieder in den Bett. Doch. Nein. Doch. Holen sie die Polizei. Lassen sie den Mann abhüllen. Dann will sie nicht rufen. Aber der Bestatter steht doch hinter ihnen. Ah. Legen sie sich jetzt hin. Lassen sie mich. Oh Gott. Hinten. Arzt. Sie sind kein Arzt. Was ist ein Arzt? Erzähl. Sie sind nicht erzillt. Ich verlange einen richtigen Arzt. Helfen sie mir. Ich bin auch richtiger Arzt. Ist doch alles gut. Der Bestatter steht doch hier direkt vor ihnen. Ja, der Bestatter. Legen sie sich hinzillt. Ich muss doch einfach nur einen Verband drauf machen. Ich bin doch zu jung. Ich muss doch nur einen Verband drauf machen. Ja. Ich bin doch schon längst wieder frei. Das kann ich auch selbst. Ach, du willst wieder deinen Nagelverband dran machen. Nein. Ach du Scheiße. Lassen sie mich hier raus. Nein. Nein. Machen sie die Tür auf. Nein. Huch. Nein. Bleiben jetzt hier. Oh. Legen sie sich jetzt hin. Auf das Bett. Oh. Auf das Bett jetzt. Aber. Ich muss nur einen Verband drauf machen. Was zur Hölle. Ich muss doch nur Verband drauf machen. Nein. Legen sie sich doch einfach rein. Ja, wer weiß, was sie und der Verband verstehen. Ja. Ich steck doch mal einen Verband. Du, Mimino. Hals, Maul, Paden. Nein. Du, Mimino. Aschi. Ja. Aber denk dran, wenn das sich hinlegt, dann machst du die Elektro schnell noch schnell rum. Dann kann er sich nicht mehr bewegen und du kannst ihn wieder mit strumpeln. Nein, das mach ich nicht. Oh mein Gott. Weigen Sie mal bitte Ihrem Freund, dass er sich aufs Bett legen soll. Bitte und leg dich hin. Jetzt sofort. Besorg mir einen richtigen Arzt. Kein Metzger. Wenn du dich da hinlegst, dann kommt ein richtiger Arzt. Nein, er ist der Arzt. Versprochen. Dann hinlegen. Ja, versprochen. Versprochen. Ja. Dann leg dich rein. Oh Gott, ich blute. Was haben Sie mit mir gemacht? Sie sind wahrscheinlich so oft gegen das Bett gelaufen. Man kann davon kommen. Ja, das ist Ihre Schuld. Jetzt legen Sie sich einfach hin und ich behandle mich mit einem Kollege behandelt Sie. Der Kollege, ja. Ja, aber wenn Sie die Tür aufmachen, wenn ich die Tür aufmachen, laufen Sie bestimmt raus. Also legen Sie sich jetzt hin. Legen Sie sich jetzt hin. Nein, nicht sie. Nicht sie. Schnell festgebracht. Ach. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ja, nix. Oh, oh, nee. Ich muss dir mal ganz kurz. Dankeschön. So, mach ich dann noch wieder. Oh, hilf mir. Warte mal, ich mach mal kurz den Stecker schon mal rein, ja? Ja, aber guck mal, der Hashimoto ist ja auch hier. So. Ja, das ist auch ein Metzger. Viel Spaß. Nein, der Hashimoto ist ein Metzger. So, das hat ein bisschen was da drauf. So, das sollte jetzt schön... Nein, nein, jetzt bin ich bei dir jetzt machen die nicht. Das sollte jetzt eiskalt werden. Oh, nein. So, guck mal. So ein Lieber bin ich. Ich hab dir jetzt den Stecker vorm Fernseher reingemacht. Ja. Und hab dir den als Kunststoff auflaufen lassen. Ich will Kill More Girls sehen. So, das könnt ihr jetzt schön kühlen. Das wird jetzt vielleicht eiskalt. Ich weiß es nicht. Ich kenn die Schlicht, die ist neu. Sie wollen ja die warme nicht. Oh, holen Sie das aus dem Schritt raus. Was? Hä? Ich hab dir das auf dem Brust geschmiert. Warum wird's dann da so kalt? Ja, weil du nicht zugedeckt bist. Und der Hashimoto killert dich. Hören Sie auf damit. Nein. Warten Sie, ich kann ihn wieder wärmer machen. Ich hab ne Dioflasche und ein Feuer. Nein. Ich muss jetzt reißen. Lass sie mich raus. Komm mir da. Warte mal. Hast du noch ne Feder? Nein. Galei, hol mich hier raus. Ich bringe sie auch. Äh, schieße sie. Und das wird dir, äh, ne, 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 weg. Ja, hol mich raus. Die bringen mich noch um. Soll ich ihn jetzt wieder wärmer machen oder nicht? Nein. Warum denn nicht? Das war voll scheiße. Ja, die haben doch jetzt kalt. Also du wüsstest die Zeit entweder voll warm oder voll kalt. Ja, eigentlich shit. Ja, wir haben doch nur zwei Creme davon. Sie sind die denn wirklich schon nötig? Die dritte, die beides macht, gibt nicht mehr. Recht warm und beucht, würd ich sagen, aber das ist meine persönliche Meinung. Die dritte, die beides, die die beides macht, gibt nicht mehr. Die wurde vom Markt genommen wegen, äh, Entschuldigung. Äh, äh, ja, äh, äh, ich brauch keine Creme. Lass sie mich einfach gehen. Lass sie mich einfach machen. Nein. Sie sind doch verrückt. Sie haben jetzt wie die Gonzales-Krankheit. Du hast ja jetzt die Kalte drauf. Und ist das zu kalt oder geht? Nein, besser als die warme. Oder sagen wir. Sie sind glühend heiße. Besser als die. Ja, wenn, wenn wir die warme nehmen, oder wenn der Kollege die warme nimmt, dann muss man dann halt kurz zu den, die heißen Klippepistole jagen. Dann wird die warm. Nein. Sie soll... Ich glaube... Nein. Das sind gar keine richtigen Ärzte. Alle, ruft die Polizei. Äh, lassen sie mich gehen. Nee. Mir fehlt doch nix. Ich? Nee. Aber er hatte doch nur eine Quitschverletzung. Er hatte zwei, er hat sich in der Raumbett gestoßen. Ja, das ist ihre Schuld. Ja, ich hab da gegensbett gelaufen. Wegen ihnen. Ne. Ja. Die waren von meinem Anwalt. Nein. Das kann lange dauern. So eine Scheiße, warum hast du mich hier hingebracht? Weil du eine Quitschverletzung hattest und ich wollte nicht, dass du überall noch mehr blutest. Ich hatte schon immer Glück. Jetzt haben sie noch mehr Glück. Unser Stationsarzt ist gerade in den Dienst gekommen. Das ist der richtige Arzt. Das ist der Herr Geistet. Oh, den mag ich. Ja, den mag ich. Oh, holen sie mir den. Nicht diesen Metzger hier. Metzger? Ich kann ja schon Metzger machen, denn er erwartet es. Ich hab mein auch noch dabei. Ja, warte mal, bevor ich's vergesse. Ich hab noch, äh, kannst du das Hackbeil nehmen von der Küche. Ne, ich nehm doch lieber die Knochensäge, die große. Nein, Pavi, tu doch was. Ich wollte noch Schildgründenzuppe machen. Die sind aus Gummi. Ne, ich nehm doch lieber die große Knochensäge. Die ist beim RTW da. Ja, gut. Äh, was macht ihr? Komm. Kannst du nicht aufstehen? Nein. Warum? Weiß ich nicht. Die haben mich kaputt gemacht. Ja, klar, wieso mit Ende? Oh, mach ich uns anmachen. Oh, sieh schon wieder. Domina, nein. Oh, wenn ich. Nein. Hauen sie ab. Lassen sie das sein. Lassen sie mich. Warum denn nicht? Er hat schon genug Angst. Ja. Ja. Nein. Warum nicht? Einmal schlagen. Nein, das ist ein... Na, ja, nein. Einmal schlagen. Nein, ich dreh den gleich ins Gesicht. Wir müssen dem Patienten helfen. Kommt nun. Ich helf doch. Scheiße. Ich helf mit allem. Was machen sie doch hier? Ja, unser Stationsarzt kommt gleich. Da guckt sie sich mal an. Ich hab ihr mir gesagt, dass sie an der Spiegel-Gonzalez-Krankheit leiden und so. Du, ich nicht. Die laufen die ganze Zeit nervös durch die Gegend. Ich laufe weg vor ihnen. Ja, das sagt man dann auf einmal. Und dann ist man schwanger. Was? Oh, okay. Ja, das sagt man so. Und dann ist man schwanger. Und seit wann könnt ihr Männer denn alle schwanger werden? Es gibt einen Vorfall, wo ein Mann schwanger geworden ist. Das war kein Mann. Also, ich bin schwanger. Das war ne Frau. Und wie fühlen sie denn schwanger, wenn ich fragen darf? Ich war nicht schwanger. Es ist nicht so klar schwanger. Also, ist ich mit WL schwanger oder was? Nein. Er ist denn denn Schwanger? Domina hatte gesagt, es gab einen Vorfall, wo ein Mann schwanger geworden ist. Ich soll mal in der Google-Bank machen. Das war kein Mann. Auch war ein Mann. Das war keine Frau. Eine operierte Frau ist eine Frau, die sich zum Mann operieren hat. Es war sie einfach kein Mann mehr. Wo sind sie ein Sexist? Sie sind immer noch sexistisch. Ich stehe dazu. Wer als Frau geboren wird, bleibt auch eine. Eindeutig der Fall von Rassismus und Sexismus. Nein, Realismus. Ja gut. Wie du. Du bist schon einer, ne? Ja, darf ich jetzt endlich gehen? Nein, wir sind verdächtig auf den Spidi-Gonzalez-Krankheiten. Ich hab nicht den Spidi-Gonzalez in mir. Also, ich hab ihn eigentlich nur hier hingebracht, weil er eine Quetschverletzung am Bein hatte. Ja. Dann hat der Metzger versucht, mich umzubringen. Ich hab was Salbe drauf getan. Ja, tödliche Salbe. Nein. Doch. 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 Nein. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie. einfach noch mal alles klar den selben song doch einfach zweimal mehr wie du aber wie du jetzt sind sie fertig das ist aber schlecht für ihr studio das wissen sie ja schon findest du das geil findest du das geil nein nein ich will hier raus ich weiß gerade nicht was hier irgendwie überhaupt ich würde fast vorschlagen die bleiben alle beide hier nein doch immer noch der herr ist wie die gottlandeskrankheit doch nein nein doch nein nein Nein! 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 Ach! Nein! Ich geh jetzt zu Blumen gleich um die Dreiviertel. Nein! Sag ich doch! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! 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 Jetzt bin ich einmal um die Welt, ne? Oh! Ja, darf ich jetzt gehen? Nein! Doch! Nein! Doch! Nimm einen hier! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Nein! Doch! Ich kann nicht mehr! Ich bin der Weiße, warum doch von dieser Officerin aus der Bullis Academy! Okay! Nein! Doch! Nein! 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 Ergeistert! Helfen Sie mir endlich! Ich muss hier raus! Nein! Ich weiß überhaupt nicht, aber das geht hier! Nein! Ich auch nicht! Hol Sie mich raus! Nein! 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 Sie! Nein! Was tun sie da? Hören sie auf mich zu begrapschen. Jetzt kommt... Also willst du, irgendwas stimmt doch heute nicht mit dir, oder? Mir ging's gut, bis ich hierher kam. Alles klar? Ja. Habe ich so mit. Dann müssen wir noch über das Geld sprechen. Was? Sie wollen doch noch Geld dafür. Die Behandlung. Welche Behandlung? Der versucht mich umzubringen. Der verbannt uns so. Der verbannt die Sachen für andere Gedöns. 500.000. Was? Ali, gib ihm Geld. Ich? Du hast mich hergebracht. Einmal 500.000, bitte. So viel habe ich gar nicht. Gehen Sie arbeiten! Sie dürfen dann gehen. So, bist du fertig? So, raus, hier! Hast du dann vermuten? Oh. Ja, noch hat der. Das ist vielleicht mit seinem unsichtbaren Rucksackgitter. Lauf! Okay! Mich seh! Lassen Sie mich! Hören Sie auf! Haben Sie nichts zu tun! Nein! Ne, grad nicht. Fahr mich um! Nein, fahren Sie mich nicht um! Du, was, Harley? Was soll ich da tun? Schlag ihn wieder! Kann ich nicht. Wieso nicht? Das ist meine Domina. Ja. Wenn schlag ich. Achso. Ich wollte gerade sagen. Ja, dann, Herr Metzger, beschäftigen Sie sich mit Ihnen. Ente, 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 ente. Ja. Steig doch einfach in dein Auto ein, wenn du gleich hier vorbeikommst. Achso. Hui. Ja. Schnell weg hier! Hallo! Ich sehe ihn! Guten Tag! Ey, jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Was? Ich werde entführt! Bitte, Kollegen! Nein, Sie werden nicht entführt! Anton must! Tja! No. No.